Hallo und herzlich willkommen zu der Fortsetzung zum Thema Zellzyklusregulation und im Speziellen zum Thema Proto-Onkogene. Wir haben gesagt im letzten Video, dass bevor eine Zelle sich teilen kann, müssen bestimmte Gene exprimiert werden, die für bestimmte Proteine und Enzyme kodieren, die wir zur Replikation, also zur DNA-Verdoppelung und im weiteren Verlauf für die Methose benötigen. Das Exprimieren dieser Gene ist streng reguliert und es gilt als Zelle ein paar Hürden zu nehmen, bevor die eigentliche Zellteilung vollzogen werden kann. Wo sich die Hürden genau befinden, dafür gehen wir noch einmal zurück in die Zellzyklusübersicht. Es gibt zwei, also eigentlich drei kritische Punkte, an denen die Kontrollmechanismen ganz genau hinschauen. Das wäre am G1-S-Kontrollpunkt. Dort wird noch einmal gecheckt, ob alles zur DNA-Replikation vorbereitet ist und es ist auch der wichtigste Kontrollpunkt des Mechanismus, das wir uns dann später ganz genau angucken werden. Ein weiterer Kontrollpunkt befindet sich am Übergang von der G2-Phase zur eigentlichen Methose. Hier wird auch noch einmal kontrolliert, passt mit der DNA alles, haben sich Fehler eingeschlichen und steht alles bereit für die Methose. Die Mechanismen an diesen beiden Punkten sind relativ ähnlich. Der dritte Kontrollpunkt befindet sich in der Metaphase. Dort wird noch einmal gecheckt, ob die Chromosomen und der Spindelapparat korrekt festgezurrt sind. Das Problem hier ist, dass der Mechanismus noch nicht ganz verstanden ist. Deswegen überlassen wir das einfach den Molekularbiologen und kommen zurück zu den Proto-Onkogenen. Was sind jetzt eigentlich Proto-Onkogene? Ganz grob gesagt sind Proto-Onkogene die Gene, deren Produkte den Zellzyklus aktivieren. Also die Expression der Gene hochregulieren, die Replikationen zum mitose spezifische Proteine und Enzyme herstellen. Die Proto-Onkogene haben auch Gegenspieler, die Tumor-Suppressor-Gene. Jetzt ist der Mechanismus natürlich nicht ganz so einfach. Und wenn man sich das zum ersten Mal anschaut, durchaus ein bisschen schwierig. Deshalb stellen wir uns folgendes Szenario vor. Wir sind eine Zelle, zum Beispiel in der Epidermis. Wir haben eine fest vorgegebene Zeit, wann wir uns zu teilen haben. Normalerweise dauert es ca. 4 Wochen, bis eine Hautzelle vom Stratum Basale an der Hautoberfläche ankommt. Unglücklicherweise versucht unser Epidermis-Besitzer zu kochen und schneidet sich dabei prompt in den Finger. Ein Teil unserer Nachbarn, nehmen wir mal an die hier über uns, wird also auf brutale Art und Weise hinfortgerissen und wir stehen aus Sicht einer winzig kleinen Zelle mitten in einem riesigen Krater. Was passiert jetzt? Wir als Mensch können ja schlecht 4 Wochen warten, bis ein, aus unserer Sicht, kleiner Schnitt im Finger verheilt ist. Das heißt, der Zellzyklus muss also außerplanmäßig aktiviert werden, die Zelle muss sich jetzt schneller teilen, als es normalerweise eigentlich der Fall wäre. Das läuft folgendermaßen ab. Der plötzliche Verlust von vielen Zellkontakten, also wir nehmen an hier oben, sowie diverse Entzündungsvorgänge in der Umgebung regen die Expression des ersten hier eingezeichneten Gens an. Daraufhin werden sogenannte Wachstumsfaktoren gebildet und sezerniert. Das machen wir als Zelle, das machen auch alle anderen Zellen in der Umgebung des Defekts. Und parallel brauchen wir natürlich auch einen Empfänger für die Signale. Wir haben also auch ein passendes Gen für einen entsprechenden Rezeptor. Der Rezeptor alleine reicht nicht. Wir brauchen auch ein Protein, das das Signal in der Zelle weiter vermittelt. Wenn der Wachstumsfaktor an den Rezeptor bindet, wird besagtes Protein losgeschickt und über eine Signalkaskade wird das nächste Gen aktiviert. Dieses Protein und diese Kaskade sind wichtig, deswegen gibt es dazu auch ein extra Video. Das nächste Gen kodiert für einen Transkriptionsfaktor, welches wiederum ein Gen aktiviert. Und das Produkt dieses Gens, das sind sogenannte Zykline. Parallel werden kontinuierlich andere Gene abgelesen, wodurch spezielle Kinasen hergestellt werden. Diese schwimmen Zellzyklusunabhängig die ganze Zeit im Zytosol herum. Sie sind aber nicht aktiv. Wenn aber durch die nun immer weiter ansteigende Konzentration an Zyklinen, Zykline und Kinasen aufeinandertreffen, entstehen Komplexe und die Kinasen werden aktiv. Da diese Kinasen durch Zykline aktiviert werden, heißen sie Cycline-Dependent Kinesis, also Zyklinabhängige Kinasen. Jetzt haben wir einen ganz schön großen Aufwand betrieben. Der ist aber auch nötig, denn vor diesen Genen, die wir nun eigentlich aktivieren wollen, sitzt eine Art Wachhund. Das sogenannte Retinoblastom-Protein. Das Retinoblastom-Protein ist in allen Zellen vorhanden. Es wurde halt nur beim Retinoblastom entdeckt und erforscht und deswegen heißt es halt Retinoblastom-Protein. Dieses Protein blockiert einen Transriktionsfaktor, den wir aber jetzt dringend brauchen, um eben diese Gene hier zu aktivieren. Und da kommt jetzt unser mühsam gebastelter Zyklin oder Zyklin-CDK-Komplex ins Spiel. Die Kinase kann nämlich zusammen mit dem Zyklin das RB-Protein phosphorylieren, dadurch hemmen. Und das RB-Protein lässt diesen Transriktionsfaktor frei und der kann dann das Gen aktivieren, das dann wiederum für die Synthese verantwortlich ist, für die Proteine, die wir später benötigen. Jetzt atmen wir mal kurz durch und ich benenne noch einige der Protagonisten hier. Wachstumsfaktoren können sein Epidermal Growth Factor oder Platelet-Derived Growth Factor oder Vascular Endothelial Growth Factor oder Interleukine zum Beispiel auch. Interleukin 1b und Interleukin 8 können alle als Wachstumsfaktoren fungieren, wobei in den Lehrbüchern im Zusammenhang mit Zellzyklusregulation vor allem die Rede von EGF ist. Der Rezeptor ist eine spezielle Rezeptor-Tyrosin-Kinase, also ein Rezeptor mit integrierter Kinase-Domäne. Der Übermittler ist das sogenannte RAS-Protein. Und die Gene zur Aktivierung der Zyklengene können sein Myc, Jun, Frost und viele andere mehr. Aber auch hier wieder in den Lehrbüchern ist meistens die Rede von Myc, weil Myc im Zusammenhang oder direkt im Zusammenhang steht mit gleich mehreren Tumorerkrankungen. Der Schlüssel für unsere Synthese-Gene ist das sogenannte E2F als spezifischer Transkriptionsfaktor. Soweit erst einmal als Überblick zu den Proto-Onkogenen. Wie gesagt, zu diesem Mechanismus hier gibt es ein extra Video und zu diesem Mechanismus hier gibt es auch nochmal ein extra Video. Die sind verdammt wichtig und deswegen gucken wir uns das alles nochmal ganz genau im Detail an. Ich hoffe, das Video war bisher hilfreich und hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.